Musik Hi Leute, hier ist mal wieder Gadur. Heute am letzten Abend vor Heiligabend. Am letzten Abend vor Heiligabend, okay. Also, letzter Tag vor Heiligabend. Was würde da besser passen als ein Weihnachtstabak? Ich habe ihn von PX1 aus dem Shisha-Freunde-Forum. Er nennt ihn einfach nur Weihnachtstabak. Er hat die Molasse und den Geschmack selbst angemischt. Selbst gemacht. Wenn ihr wissen wollt, wie er das macht, fragt ihn selbst. Ich habe es mir jetzt nicht gerade so großartig durchgelesen. Ja, kommen wir zum Geruch. Ja, der Geruch erinnert mich an Gewürze. Glühwein, bisschen Orange. Riecht nach Weihnachtsmarkt. Also, riecht sehr gut, riecht sehr schön, nicht so aufdringlich. Ja, ich rauche in meiner Elmas mit dem Kopfadapter, mit dem Adapter von Shisha Arabica für die weiblichen Köpfe. Also, das ägyptische System, nicht das syrische System. Und, äh, hab drauf eine Scheineheit, eine Lage Gastro-Alufolie, überall ist ja zwei Pricos oben drauf. Hier unten noch eine dritte, die lasse ich ja, wie gesagt, schon immer vorglühen. Und wenn die Kohlenanzehälte verbraucht sind, lege ich die dritte noch nach. Das heißt, ich habe ungefähr, naja, knapp dreihalbe Kokos-Pricos drauf und kann dann nochmal schön weiter rauchen. Äh, ja, ist doch ganz gut. Der Schnitt ist, naja, würde ich mal sagen, mittelgrob. Ja, schrönen mal ein bisschen durch. Wie gesagt, so mittelgrob, meiner Meinung nach schön gut für den Kopfbau, schön feucht, die Milasse gut aufgenommen. Das sieht auch aus dem Geschmack. Ja, ich hole noch mal ein bisschen stativen, vorhin hat es besser geraucht. Ich habe jetzt schon einen Anlauf gemacht, der war aber nicht so gut. Und muss jetzt noch mal ein bisschen weiter anrauchen. Rauch ist gut. Der Tabak verträgt einiges an Hitze zum Geschmack. Ja, der Geschmack ist eigentlich wie der Geruch. Es schmeckt nach Blühwein, nach Weihnachtsmarkt. Schwer zu beschreiben. Er hat den Tabak jetzt im Forum bei Shisha-Freunde vertrieben. Ich weiß nicht, ob er noch was hat. Oder ob er nochmal welchen anmischt. Auf jeden Fall sollen die anderen Tabak-Sorten, die er bis jetzt gemacht hat, auch sehr gut gewesen sein. Wenn der jetzt den Tabak nochmal gibt, gibt er 10 von 10 Punkten von mir. Wenn ihr ihn nicht kaufen könnt, würde ich mal sagen, Pech gehabt. Aber ich wollte den Tabak einfach mal würdigen, weil jemand, der sich die Mühe macht, selbst seinen Tabak zu machen, und dann so gute Ergebnisse erreicht hat, der ist schon erwähnenswert. Gut, was bleibt mir noch weiter zu sagen? Wie gesagt, der letzte Tag vor Heiligabend. Ich möchte mich mal bei meinen ganzen Abonnenten bedanken. Ich bin jetzt bei 735 oder 734, als ich das letzte Mal geguckt habe. War ein sehr erfolgreiches Jahr dieses Jahr für mich als Reviewer. Ich habe eine Menge Abonnenten auch durch diverse Gewinnspiele dazubekommen. Danke nochmal für die Tipps von 1111 und anderen Reviewern. Ich möchte euch alle mal grüßen, wie ihr da seid. Tuka Germany, ich habe euch kennengelernt auf den Treffen in der Koloniallounge. Es war wirklich super chillig. Aber das nächste Mal, wie du schon gesagt hast, Patrick, müssen wir unbedingt mal eine Shisha zusammenrauchen. Irgendwie sind wir nicht dazugekommen. Vegetoni, nicht Vegetoni, Vegetoni. Du bist ein klasse Typ. Mit dir verstehe ich mich wunderbar. Es war absolut lustig. Und Arnösel und wer noch alles da war. Ihr seid top Jungs, ihr macht eure Sache gut. Und es ist ein netter Kontakt zu euch. Ja, wie gesagt, ich bin abgeschweift. Meine Abonnenten, vielen Dank an euch. Vielen Dank für eure guten Kommentare, für eure schlechten Kommentare. Dass alle an meinen Gewinnspielen mehr oder minder teilnehmen. Gut, Jungs hat es jetzt ein bisschen gepusht. Ich hoffe, die Teilnahme wird jetzt steigen. Dieses Jahr war ein absolutes Spitzenjahr für mich. Nicht nur als Reviewer, auch in meiner Familie. Viele wissen, mein Sohn ist heute dieses Jahr geboren worden. Ich bin super glücklich. Süßer Kerl. Da habe ich einmal was richtig gemacht. Und ja, was bleibt mir noch weiter zu sagen? Ach ja, Leute, was ist los auf dem Shisha-Markt? Der Shisha-Markt bricht meiner Meinung nach in Deutschland zusammen. Jetzt nicht, weil es so wenig Raucher gibt. Sondern einfach, weil sich die Leute gegenseitig bekriegen. Du hast das von mir kopiert. Ich habe da was kopiert. Ich hole Leute aus England. Ich mache dies, ich mache das. Ihr wisst, wovon ich rede. Und gerade, sage ich mal, bei einer Sache wie Shisha, wo es um das Beisammensein geht, wo es um Freundschaft, Gastfreundschaft geht, so eine Scheiße abzuziehen. Ich will jetzt niemanden verurteilen, aber mich persönlich nervt es tierisch. Es macht mich richtig, nee, es macht mich nicht wütend, es macht mich traubig. Weil es gab mal einen Zusammenhalt, das ist ein bisschen auseinandergegangen. Ich finde es scheiße, wenn sich die Leute gegenseitig verklagen. Und es heißt, oh, das sieht so aus, das sieht so aus, das sieht so aus. Klar ist Geld verdienen wichtig. Aber es ist auch nicht alles. Gut, war meine Meinung zu dem Thema. Ich wünsche euch allen, egal wo ihr herkommt, egal welcher Religion ihr angehört, ein fröhliches, friedliches und gesundes Weihnachtsfest. Und von dieser Stelle schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich weiß noch nicht, ob ich noch ein paar Videos drehen werde dieses Jahr. Aber ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute, Glück, Gesundheit, Erfolg. Mehr bleibt mir nicht zu sagen. Bis dahin, Frau Tram, euer Gott. Aber ich suis immer bei Taumacher trтории Schwarzen, das ist tief in der Augen wird in 40 End. Bis dahin. Bis dahin.